Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 3. So, ich glaube ich habe gerade Alberto-San getötet. Oh Mann, ja, ich bin nämlich gerade in der Lobby mit Alberto-San. Ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt tun geht auf seinem Kanal. Aber ich meine, er zockt richtig gut. Ist ein cooler Typ auf jeden Fall, dass die Hamburger Hänger da drin sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich... Ja, what the fuck, Mann, Digga. Komm, jetzt töten wir Alberto mal. Heute mal was anderes. Vielleicht erwischen wir ihn jetzt gleich. Oh, mein Puls ist jetzt auf 180, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wann hat man denn mal schon die Gelegenheit, Alberto-San zu treffen? Gucken wir mal, ob wir ihn töten können. So. Oh, das Boosten ist übrigens nur mein Puls hier, der ist mit 80 gradig. Oh, komm, Alberto. Juhu. Die Bombe wurde platziert. Ist die ganze Scheiße noch nachladen hier? Komm, Alberto, komm in die Falle. Nein! Alberto! Was machst du? Oh. Gut, vielleicht werde ich in der nächsten Runde von Alberto getötet. Mal gucken. Aber Alberto ist gar nicht mal so schlecht hier. Fünf ganze Kills hat er schon. Und jetzt machen wir uns auf zur nächsten Runde. So, euer YouTube Gamescom. Spiel beginnt jetzt. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Feindliches Radcom gesichtet. Oh, nein! Das gibt es doch gar nicht. Also, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt, ganz ehrlich. Weil wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, mit so einem YouTuber, mit ein paar hunderttausend Abonnenten, hier einmal drin zu sein? Boah, moin, moin, Alberto, alles klar. Ich werde jetzt gleich mal mein Headset anmachen. Das war eigentlich nach einem Eins-Würste-Eins-Duell. So, ja, das war das Prado-Geter. Ich hoffe, das habe ich geballt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ich töte jetzt alle.